Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Haltet euch fest, das neuesten Update von Home Assistant bietet so viele Verbesserungen. Leute, wir müssen uns hier richtig beeilen, dass wir hier schnell durchkommen. Wie immer gilt, ich habe für euch die Beta installiert, damit ihr es nicht machen müsst. Passt auf, denn manchmal kann die Beta hier zu, naja, unerwarteten Überraschungen führen, sodass mal gewisse Sachen nicht funktionieren oder sogar direkt kaputt gehen. Deshalb wartet hier immer ein paar Wochen, bis hier das Update stabil ist. Nichtsdestotrotz, wir springen jetzt direkt ins System. Ich zeige euch die ganzen Neuerungen, welche hinzugekommen sind. So habt ihr einen direkten Bezug. Könnt ihr euch zu Hause im System viel besser nachvollziehen und nachbauen. Und bevor wir hier zu viel quatschen, wenn ihr solche Folgen, solch Content zukünftig nicht verpassen wollt, wisst ihr was zu tun ist. Lasst einfach ein Abo da. Ansonsten filmen ab. Die größte und spannendste Neuerung aus diesem Home Assistant Release verbirgt sich hier in System und Backups. Ihr werdet nun, wenn ihr zu Backups geht, hier mit diesem Bildschirm begrüßt. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, mit dem Assistenten das Backup-Verfahren hier in eurem System festzulegen. Standardmäßig werden nun eure Backups mit einer Verschlüsselung hinterlegt. Diesen solltet ihr sorgfältig aufbewahren. Könnt diesen natürlich auch herunterladen. Ihr könnt dann entweder über Recommended Settings oder Custom Settings nun weitere Einstellungen vornehmen. Nachdem ihr die Recommended Settings ausgewählt habt, beginnt hier das System, ein Backup für euch zu erstellen. Mit den standardmäßigen Einstellungen. Mit dieser neuen Funktion müsst ihr nun selber keine manuellen Automatisierung mehr anlegen, um Backups erstellen zu lassen. Wenn ihr nun etwas weiter runter scrollt, kommt ihr unten zum Bereich Automatic Backups. Und wir können hier sehen, dass standardmäßig Einstellungen für uns getroffen wurden. Wir können selbstverständlich diese Einstellungen entweder mit einem Druck auf die jeweilige Fläche verändern oder auch hier über Configure Automatic Backups. Hier könnt ihr nun festlegen, ob ihr die automatischen Backups nutzen möchtet oder nicht. Und wenn ja, dann könnt ihr festlegen, an welchem Tag das Ganze für euch gesichert werden soll. Außerdem könnt ihr auch festlegen, wie viele Backups oder zum Beispiel auch, ob alle Backups hier für euch behalten werden sollen. Ihr könnt natürlich auch unterschiedliche Zahlen für euch eintragen. Und könnt das auch anhand der Tage oder Backups hier für euch definieren. Wenn wir nun weiter runter scrollen, könnt ihr festlegen, welche Daten gesichert werden sollen. Standardmäßig sind natürlich die Home Assistant Einstellungen hier versehen. Außerdem könnt ihr eure historischen Daten, hier Statistiken und so weiter sichern, eure Mediendaten und auch hier zum Beispiel euren Sharefolder. Ihr könnt natürlich auch festlegen, ob ihr zum Beispiel die Add-ons auch mitsichern möchtet. Könnt das machen für alle, für keine oder aber auch hier welche Add-ons hier zum Beispiel gesichert werden sollen und welche nicht gesichert werden sollen. Eine weitere Neuerung ist auch, wo hier dieses Backup hinterlegt werden soll. Natürlich auf dem System selbst. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Netzwerkspeicher hier festlegen. Wenn ihr zum Beispiel eure Fritzbox als Netzwerkspeicher nutzen möchtet, oben rechts das Video dazu, dann könnt ihr eure Fritzbox mit einer weiteren Funktion versehen und habt dann dadurch deutlich mehr Spaß. Nutzerinnen und Nutzer der Home Assistant Cloud können nun auch festlegen, ob dort ein Backup maximal bis zu 5 GB hinterlegt werden soll. Wenn nicht, könnt ihr diese Einstellung einfach deaktivieren. Zukünftig wird im Bereich des Speicherortes weitere Einstellungen hinzukommen. Zum Beispiel hier der Google Drive oder auch hier der OneDrive von Microsoft. Diese muss aber erst von den Integrationen mit diesem neuen Release und der neuen Struktur zur Verfügung gestellt werden. Und ganz unten haben wir hier die Einstellung für die Verschlüsselung und ob wir diesen zum Beispiel auch ändern möchten. Und wenn wir wieder zurückgehen, könnt ihr über die jeweiligen Bereiche wieder in die Einstellung wieder zurückspringen und diese vornehmen. Dadurch, dass dieses Fenster sich auch verändert hat, könnt ihr zum Beispiel über die drei Punkte oben rechts den Ort des Backups verändern, auch hier zum Beispiel den Datenlaufwerk oder auch euren Netzwerksspeicher. Außerdem könnt ihr hier den Upload Backup Knopf finden. Und könnt dann hier ein Backup hochladen, um dann über diesen das System wieder herzustellen. Die automatischen Backups könnt ihr dann zum Beispiel hier finden. Und wenn ihr dann drauf drückt, dann seht ihr dann, dass dieser automatisch erstellt wurde. Selbstverständlich könnt ihr über die drei Punkte rechts das Ganze herunterladen oder aber auch löschen. Und eure manuellen Backups, die ihr vielleicht schon vorher hattet, vor dem Update auf dieses Home Assistant Release, könnt ihr nun hier finden. Und könnt dann auch anhand der Icons hier sehen, ob es auf dem Datenspeicher von eurem Home Assistant System ist oder auf dem Netzwerkspeicher, in meinem Fall hier von der Fritznaas. Selbstverständlich könnt ihr dann mit den drei Punkten rechts diese herunterladen oder auch löschen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Zwei Jahre war es her, dass der letzte Month of WhatTheHack hier stattgefunden hat. Für alle, die dieses Event nicht kennen, einen Monat lang könnt ihr hier in den offiziellen Forum von Home Assistant eure Verbesserungen für das System einwerfen und dann wird darüber gevotet. Und die Verbesserung, die Einträge im Forum, welche die meisten Votes erhalten, werden dann ins Home Assistant System eingepflegt. Und die ersten Vorschläge mit den meisten Votes wurden bereits mit diesem Release implementiert und über diese gehen wir nun kurz durch. Eine Verbesserung aus dem WhatTheHack ist, wenn ihr eine neue Automatisierung speichert, bekommt ihr nun die Möglichkeit, eine Beschreibung hinzuzufügen, darüber hinaus auch einen Bereich dafür hinzuzufügen und natürlich auch eine Kategorie dazu direkt hinzuzufügen und wenn ihr möchtet, natürlich auch einen passenden Label dafür. Das war vorher so auf diese Art und Weise nicht möglich und musste im Nachgang manuell eingepflegt werden. Bleiben wir hier bei den Automatisierungen, denn es gibt hier eine weitere Neuerung mit diesem Release. Wenn ihr nun in einer Automation gearbeitet habt und zum Beispiel noch nicht gespeichert habt, dann habt ihr vielleicht aus Versehen mal hier links, rechts, irgendwann mal drauf gedrückt und wurdet dann vorher heraus navigiert. Jetzt bekommt ihr so ein Pop-Up, ob ihr es tatsächlich verlassen möchtet oder ob ihr hier bleiben möchtet, um das erst zu speichern und dann zum Beispiel hier diesen Bereich zu verlassen. Aber das war noch nicht alles. Zwei weitere Neuerungen wurden hier auf dieser Detailseite hinzugefügt und zwar, wenn ihr oben rechts auf die drei Punkte geht, könnt ihr nun zum einen Kategorie Zuweisen direkt auswählen und außerdem habt ihr den Punkt Einstellung, welche so vorher beide zusammen hier über dieses Menü nicht verfügbar waren. Man könnte schon fast sagen, lasst uns weiterhin bei Automation bleiben, aber nein, die nächste Neuerung betrifft nicht nur Automation, sondern auch Szenes, Skripte und überall, wo ihr Labels finden könnt. Ihr habt nun die Möglichkeit, nach Labels zu filtern und wenn ihr zum Beispiel ganz viele Labels habt, dann könnt ihr hier was eingeben, dann werden euch nur die Labels angezeigt, nach denen ihr gefiltert habt. Ihr kennt vielleicht schon die Möglichkeit, wenn ihr C drückt auf der Tastatur, dass ihr zu unterschiedlichen Bereichen im System abspringen könnt und wenn ihr zum Beispiel E drückt, könnt ihr zu unterschiedlichen Entitäten abspringen. Das ist soweit so gut. Neu dazugekommen ist, wenn ihr auf D drückt, wie Devices, also Geräte, könnt ihr direkt zu den Geräten abspringen. Zum Beispiel zu meinem Chili Wall Display hier im Büro. Aber das war noch nicht alles. Wenn ihr auf der Tastatur jetzt seit diesem Release auf A drückt, bekommt ihr dann hier direkt den Pop-Up für den Assist. Eine weitere Neuerung aus dem Manus What The Hack ist, wenn ihr zum Beispiel zu so einer Statistikkarte geht, habt ihr eben schon gesehen, könnt ihr bei Windows, wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, oder bei Mac mit Command und dann Mausrad hier nun reinzoomen. Ihr könnt natürlich auch wieder rauszoomen. Selbstverständlich könnt ihr jetzt auch nach links und nach rechts und dort eure Daten nun noch besser analysieren. Und ihr seht dann schon unten auf der X-Achse, wie sich dann hier das Zeitliche verändert und auch auf der Y-Achse, wie dann sich hier die Werte verändern, je nachdem wie viel ihr rein- oder rauszoomt. Aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt zum Beispiel auch im Energie der Sport diese Funktion nutzen und auch zum Beispiel hier, wenn ihr Steuerung oder Command auf dem Mac gedrückt haltet und mit dem Mausrad hier auch weiter reinzoomen und auch nach links und nach rechts hier bewegen. Und bleiben wir auch direkt im Energie der Sport, denn hier gibt es nun eine weitere Neuerung. Dazu gehen wir zum Bearbeiten. Ihr könnt nun hier bei Einzelgeräten, wenn ihr auf die Geräte draufdrückt und gedrückt haltet, die Reihenfolge der Geräte hier auf der Liste verändern, so wie ihr das gerne haben möchtet. Neu hinzugekommen ist auch, wenn ihr zu Medien geht, habt ihr nun Image Uploaded und wenn ihr nun draufdrückt, könnt ihr alle Bilder, die ihr ins Home Assistant hochgeladen habt, hier nun in dieser Übersicht sehen und herumstöbern. Selbstverständlich könnt ihr auch hier mit diesem Knopf verwalten, diese zum Beispiel auswählen und zum Beispiel auch löschen. Oben rechts über die drei Punkte könnt ihr auch die Ansicht verändern, anstatt eines Rasters, zum Beispiel auch eine Liste und habt dann hier diese Ansicht. Toll ist auch, wenn ihr auf so einer Tabellenübersicht seid und drückt zum Beispiel STRG-F bei Windows oder Command-F bei einem Mac, dann wird hier nicht die Suchfunktion des jeweiligen Browsers aktiviert, sondern wird hier direkt in die Suchfunktion von diesem Tabellenbereich gesprungen. Sehr angenehm ist auch folgende Neuerung, wenn ihr eine neue Karte hinzufügen möchtet und drückt dann auf neue Karte hinzufügen, dann wird hier standardmäßig direkt in diesen Bereich gesprungen und könnt dann direkt loslegen, zum Beispiel Statistik einzugeben, um dann die jeweiligen Karten hier angezeigt zu bekommen. Vorher musste man hier in diesen Bereich reindrücken und konnte dann erst mit den Tippen beginnen. Eine weitere Neuerung betrifft hier die Logbuchkarte. Diese hat nun die Möglichkeit bekommen, nach Gerät, Entität oder auch Label hier direkt anzuzeigen. Wenn ich hier zum Beispiel ein Gerät auswähle, ich nehme mal mein Büro, Wall Display, dann kann ich das hier mir so anzeigen lassen, speichern und bekomme dann nur die Einträge für dieses Gerät, was ich ausgewählt habe. Selbstverständlich könnt ihr das mit Entitäten und Labels dementsprechend gestalten. Mit diesem Release kommt nun auch die Unterstützung für Milliwatt und Milliwattstunden, aber diese muss erst von der jeweiligen Integration zur Verfügung gestellt werden, denn das große MW steht hier nämlich für Megawatt. Milliwatt wäre ein kleines M mit einem großen W. Einige Releases vorher wurde die Option hinzugefügt, Hintergründe einfacher hochzuladen. Mit diesem Release wurden nun weitere Einstellungen hier hinzugefügt. Ihr könnt nun zum einen mit der Hintergrundtransparenz hier das Ganze einstellen, das Ganze, ob es gescrollt oder fixiert sein soll, die Hintergrundgröße anpassen, darüber hinaus die Ausrichtung hier nochmal festlegen und auch die Hintergrundwiederholung, wenn möglich, dann hier auch noch einstellen und das Ganze dann natürlich auch speichern. Die Kachelcard hat mit diesem Release in Bezug des Mediaplayers ein Update erhalten. Ihr könnt nun bei Funktionen Lautstärkeregler für Mediaplay aktivieren und bekommt dann hier diesen Slider, womit ihr dann hier die Lautstärke des Mediaplayers, also der Soundbox, dann variieren könnt. Und wenn ihr das Ganze speichert, dann habt ihr das auch hier auf der Oberfläche und könnt dann jederzeit dort drauf zugreifen. Folgende neuen Integrationen haben mit diesem Release Einzug ins Home Assistant gehalten. Spannend ist auch immer zu sehen, welche Verbesserungen bestehende Integrationen erhalten haben und wenn wir dort zum Beispiel mal auf Starlink schauen, sind nun zwei Sensoren hinzugekommen, einmal ein Consumption-Sensor und einmal ein Usage-Sensor. Darüber hinaus produziert ja Switchboard seit neuestem auch Relays und diese haben nun den allerersten Support in Home Assistant erhalten. Natürlich gibt es auch weitere Verbesserungen, bestehende Integrationen. Das waren einfach nur meine zwei persönlichen Highlights. Folgende eine Integration kann nun über das User-Interface anstatt über die YAML-Konfiguration ins Home Assistant hinzugefügt werden. Folgende drei Integrationen sind mit diesem Release nicht mehr in Home Assistant verfügbar. Ich scrolle nun ganz langsam durch die Backward-Incompatible-Changes. Sollte dort etwas dabei sein, ein Eintrag, der in eurem System zutrifft, dann kommt hier rein. Ich packe euch den Link in die Beschreibungsbox und dann könnt ihr euch das Ganze in aller Ruhe durchlesen und dementsprechend Vorkehrungen für euer System treffen. Und wenn euch das Ganze nicht gereicht hat, wenn ihr alle Änderungen aus diesem Release euch Eintrag für Eintrag durchlesen möchtet, dann packe ich euch diesen Link auch in die Beschreibungsbox. Dann könnt ihr hier reingehen und euch das Ganze dann in aller Ruhe geben und studieren. Und wenn das Ganze für euch viel zu viel war und ihr Hilfe braucht oder allgemein mit eurem System nicht so zufrieden seid oder aber auch zum Beispiel Projekte von euch zu Hause so vorstellen möchtet, dann könnt ihr seit Neuestem auch unser eigenes Forum, was wir gemeinsam mit weiteren Creatoren gegründet haben, besuchen. Und dazu hier jetzt ein Einspieler. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und somit wären wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro. Ja, das war's auch schon. Wir sind nun im Outro angekommen und mich persönlich würde interessieren, was waren denn eure Highlights hier aus dem Gezeigten in diesem Video. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich tausche mich gerne mit euch aus und bin einfach mal gespannt, wie ihr so tickt und was ihr cool findet oder sogar weniger cool findet. Sonst, wenn irgendjemand anderes unbedingt auch dieses Update wieder sehen sollte, nehmt einfach den Link, teilt es mit denen. Ich denke, die bedanken sich schon mal im Voraus und freuen sich, dass ihr das Ganze mit ihnen geteilt habt. Und wenn euch das Ganze geholfen hat, über ein Like freue ich mich riesig, denn der Algo kommt hin und wieder vorbei und sammelt diese ein. Sonst bedanke ich mich, dass ich eingeschaltet habe. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao.